Das nächste Gespräch vor unserem leider letzten Bundesligaspiel für mindestens ein Jahr bei Hannover 96. Wie sich wahrscheinlich der ein oder andere denken können, gibt es aber nicht nur das als Anlass für den Besuch von Andrew Wooten heute mit dabei. Wir freuen uns nämlich sehr, bekannt geben zu dürfen, dass der Andrew seinen ersten Profi-Vertrag bei uns unterschrieben hat. Andrew hat bzw. wird ein Arbeitspapier bis Juni 2015 unterschreiben. Dazu kann er ja gleich auch noch das eine oder andere sagen. Die Partie in Hannover ist Stand heute nicht komplett ausverkauft. Das heißt, es sollen noch einige Restkarten geben. Aus Lautra-Kreisen werden etwa 2000 Fans erwartet. Der Schiedsrichter ist vom DFB noch nicht bekannt gegeben worden. Und dann vielleicht noch für eure Informationen, wir werden noch ein Stückchen weiter trainieren. Die Mannschaft wird nicht direkt am Sonntag in den Urlaub gehen, sondern noch bis mindestens nächsten Mittwoch weiter trainieren. Am Dienstag werden wir im Ellenfeldstadion in Neunkirchen gegen die deutliche Borussia antreten. Das ist eine Art, ein Benefizspiel, um das Stadion ein bisschen restaurieren zu können. Der Borussia geht es nicht ganz so gut. Sowohl die Preise für das Spiel als auch das Ganze drumherum sind sowohl unsere als auch der Website von Borussia Neunkirchen zu entnehmen. 18 Uhr dort ist Anstoß und Stand jetzt wird die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit am 18. Juni beginnen. Mit einem aufgelobbtes, dann zum großen Teil mit Sicherheit feststehenden Kaders. 18. Juni hier am Fritz-Walter-Stadion. Andrew, dein erster Profi-Vertrag. Du hast dich eigentlich ganz gut eingeführt. Ich habe das mal recherchiert. 90 Spiele, 40 Tore in der Regionalliga West. Jetzt sechs Spiele, zweimal von Anfang an und schon ein Tor in der Bundesliga. Wie fühlt sich das an, jetzt Fußballprofi zu sein? Ja klar, jeder Fußballer, der klein angefangen hat, träumt davon, irgendwann seinen Profi-Vertrag zu bekommen. Und dass es jetzt endlich geklappt hat, freut mich umso mehr. Was hast du dir vorgenommen für die drei Jahre, neben natürlich dem direkten Wiederaufstieg? Ich habe mir einfach vorgenommen, mich weiterzuentwickeln und versuchen, der Mannschaft zu helfen, so gut wie es geht. Und so viele Tore zu schießen wie möglich, um den Wiederaufstieg zu packen. Jetzt spielen wir zum Abschluss noch gegen Hannover. Für Hannover geht es noch um einiges am Samstag. Die können noch die Europa League schaffen. Was hast du dir persönlich und was hat die Mannschaft sich vorgenommen für die Partie? Also wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Und versuchen, ein gutes Spiel abzuliefern und die Saison noch gut zu gewinnen. Und versuchen, die Saison halt so auszuklingen zu lassen mit einem Sieg. Und auch den Fans müssen wir es zeigen, dass wir uns unbedingt gut verabschieden wollen von der Bundesliga. Und wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, dass wir uns auf jeden Fall verabschieden wollen.